Die Justizverwaltung hat entschieden, dass der Hochsicherheitstrakt nicht abgeschafft wird. Die Frauen sind bereits zurück auf Station C gebracht worden. Dort hat heute auch eine neue Kollegin ihren Dienst angetreten, die einige von ihm vielleicht noch kennen werden. Wir freuen uns, Jutta Adler wieder bei uns zu haben. Guten Tag. Tag auch.